Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Craft Attack 4. Ich bin Klimm und ich habe wieder gestreamt und zwar gestern Abend bzw. heute Abend bzw. gestern Nacht. War schon ziemlich spät, wir haben noch bis 0 Uhr gestreamt, war ziemlich witzig. Ich habe ein bisschen was getan und zwar ein bisschen mein Lager sortiert, wir haben die Achterbahn fast zu Ende gebaut. Das brauche ich jetzt gar nicht. Und ich habe hier so ein bisschen Ordnung reingebracht und so weiter und so fort. Ich nehme mal ganz kurz vier Stacks hier raus, denn heute, meine lieben Freunde, machen wir was Besonderes, möchte ich fast mal behaupten. Denn ja, mir ist im Stream was aufgefallen und ich möchte das auf jeden Fall ändern. Mir ist was aufgefallen, was ich gerne ändern würde. Und zwar, wenn man, unser Turm ist geil. Ich mag auch jede Etage vom Turm, ist alles ziemlich cool. Hier muss ich auch noch ein bisschen weitermachen bzw. die Schilder muss ich endlich mal weitermachen. Aber Leute, wir können mal ganz kurz rausgehen und dann gehen wir wieder rein und ich gucke mal, ob euch auch was auffällt. Mal abgesehen davon, dass hier auf der Insel noch ein bisschen Deko fehlt. Aber wenn man jetzt hier so lang geht, man sieht so, hey, cool, ja, cooler Turm, ey. Da fehlt halt immer noch das Zinusschild, das kommt bald weg, keine Sorge. Und dann geht man hier so lang und dann geht man hier rein. Ist euch was aufgefallen? Der Eingang ist so ein bisschen cool, ja, der ist cool, der gefällt mir, der ist richtig schon solide. Aber hier drin, das Höhlen-Ding, das passt nicht mehr ganz zu allem, ja. Das Höhlen-Ding hier unten passt nicht mehr ganz hierzu und ich möchte hier einfach was Vernünftiges machen. Ich möchte hier was Vernünftiges bauen und deswegen habe ich mich dazu entschieden, eine kleine Oldschool-Folge heute wieder zu machen. Es kann gut sein, dass ich heute Abend wieder streame auf twitch.tv. Müssen wir aber nochmal gucken, da ist ein voller Skelett am Stüssel. Ich habe jetzt gar keine Waffen mitgenommen, deswegen muss ich dich einmal so kurz besiegen, Mr. Schnell-Skelett. Aha, genieße die Sonne, du Schuft. So, sehr gut. Und hier möchte ich ein bisschen Erde farben erstmal, beziehungsweise ein bisschen Gras farben, weil das brauche ich. Ich brauche aber gar nicht so viel. Wie gesagt, ich habe einfach mal, ich hatte einfach mega Lust auf mal so eine Oldschool-Folge. Man nimmt halt wirklich auf. Viele würden das als Start-Stop-Aufnahme bezeichnen, aber wenn man das vernünftig macht und Spaß dabei hat, dann finde ich, sind solche Start-Stop-Aufnahmen, in Klammern Oldschool-Aufnahmen, auch mal ganz okay. So, natürlich werden wir weiterhin die gewohnte Qualität haben und auch ab und zu eine Timelapse-Aufnahme machen. Aber apropos Timelapse-Aufnahme, von der gestrigen Timelapse-Aufnahme habe ich eigentlich nur gutes Feedback von euch bekommen und ich möchte mich schon mal, sag mal, sehr bedanken bei euch dafür, weil das hat wirklich viel Arbeit gekostet, das mit der Replay-Mode alles so hinzubekommen. Das habe ich auch zum allerersten Mal gemacht und es hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Und der eine oder andere fragt sich jetzt bestimmt, Klim, was möchtest du mit dem Gras? Ich möchte etwas nachbauen, beziehungsweise nicht unbedingt nachbauen, sondern ich nehme hier ein Beispiel an einer bestimmten Bauform, an einem bestimmten Haus, schrägstrich Höhle, schrägstrich whatever. Und zwar der von Etho, der liebe Etho, hat eine sogenannte Man-Cave, eine Höhle, in der er einfach nur so ein bisschen sein Zeugs macht und das möchte ich bei mir im Untergrund auch so ein bisschen aufbauen. Wie viel habe ich denn jetzt? 48? Haben wir schon fast einen Stack, das heißt, wir können noch ein bisschen weitermachen. Ja, das möchte ich gerne bauen, so in der Art jedenfalls, so ein bisschen daran angelehnt, weil ich es ziemlich cool finde und weil, ja, eigentlich, weil ich es ziemlich cool finde. Ich glaube, das ist schon ein Grund, der ist so ganz gut. Gut, so, fünf Stück noch, eins, zwei, drei, vier und dann nehmen wir das hier noch mit fünf, so, dann sollten wir jetzt einen Stack haben, perfekt, sehr cool. Und die Man-Cave möchte ich bei mir unten reinpacken, weil das hier gefällt mir schon alles ziemlich gut, das hier gefällt mir auch alles, hier ist eine Workbench, die kann ich einmal mitnehmen, weil hier muss sie ja nicht unbedingt stehen, nicht wahr? Hier muss natürlich auch noch ein bisschen was gemacht werden, hier an dem Weg, dass man vielleicht hier noch, oh ja, das wäre eine Idee, das könnte ich vielleicht sogar jetzt schon machen, da ist ein Creeper direkt vor meinem Turm, einfach mal den Creeper ignorieren, so, dass man vielleicht hier, ja, okay, da müsste man hier unten auch noch wegmachen, so, zack, 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 denn diese Start-Stop-Aufnahmen, oder da möchte ich mir auch ganz kurz was zu sagen, ein bisschen Real-Talk mal wieder, ja, Klim-Talk mal wieder Real, aber auch nicht lange, denn ich finde, das Wichtigste ist, wenn man Let's Play aufnimmt, oder das Wichtigste mittlerweile für mich, wenn ich Let's Plays aufnehme, ist, dass ich gut drauf bin und dass ich mega Bock auf diese, gerade, auf diese Folge gerade habe, da ist der Creeper, wir gehen mal rein. Ja, jetzt wird er wahrscheinlich vor der Butze stehen, egal, dass ich Bock auf die Folge habe, warum nicht, weil, oh, es geht nur um dich, Klim, sondern, ähm, einfach, weil ich glaube, wenn ich schlecht drauf bin, wenn ich eine Folge aufnehme und ich schlecht drauf bin, dann, ah, merkt ihr das, ihr kriegt das mit, ihr seid nicht blöd, oh, ich weiß, was ich für einen weiteren Raum baue, ich baue einen fetten Kartenraum, ähm, aber egal, äh, dass ich gut drauf bin, weil, wie gesagt, ich glaube, ihr merkt das, wenn ich nicht gut drauf bin und das ist nicht förderlich, sondern eher blöd für den ganzen Kram hier, einmal das hier dran, einmal das hier dran, cool, dann haben wir hier oben auch die Karten, ähm, wie gesagt, das ist, glaube ich, eher blöd, wenn ich, äh, wenn ich schlecht drauf bin in den Folgen und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einfach immer das, worauf ich Bock habe und, ähm, ich habe am Anfang, muss ich auch nochmal ganz kurz sagen und ihr könnt gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren posten, aber mir ging es teilweise so, dass ich extremen, extrem, extrem Erfolgsdruck oder Druck generell hatte, wenn ich eine Craft-Tech-Folge aufgenommen habe, also jetzt gerade in den letzten paar Tagen war es ab und zu so, dass ich mir wirklich gedacht habe, oh, oh, wenn ich jetzt nichts Krasses, oh, guck mal, wie viel Platz wir haben, wir können hier was richtig Geiles bauen, ähm, wenn ich jetzt nichts Cooles mache, das ist die Truhe von Early, die geheime Truhe, die ihr aufgestellt habt, die kenne ich auch schon, ähm, dass wenn ich jetzt nichts Cooles mache, gehen die Leute weg und so weiter und so fort, ne, ich glaube, ihr seid gerne dabei und wenn ich gut drauf bin und Spaß habe an der Folge, dann habt ihr auch Spaß, ich glaube, das ist tatsächlich so und deswegen möchte ich jetzt, äh, sehr viel Spaß mit euch haben, das klingt falsch, aber es ist so, ich möchte einfach nur Spaß mit euch haben, eine schöne Folge machen und, ähm, das immer für euch tun, ja, immer Spaß haben bei den Folgen, immer gut drauf sein, ähm, beziehungsweise ich nehme dann nur noch Folgen auf, wenn ich gut drauf bin und das ist meistens so, mir geht es eigentlich ziemlich gut in letzter Zeit, wie geht es euch eigentlich so, wie geht es euch so, viele von euch schreiben mir, ihr habt bald Ferien, oder? Also die meisten von euch haben bald Ferien, die Jüngeren von euch zumindest haben bald Ferien, denn, äh, ja, Schule ist so Schule halt und, äh, die ist ja auch bald, äh, wieder, ja, Ferien halt einfach, ne, ihr wisst Bescheid, so. Ich habe mich früher, als ich noch in der Schule war, ich bin ja nicht mehr in der Schule, ich, äh, studiere ja mittlerweile, ähm, habe ich mich immer sehr auf, ähm, die Ferien gefreut. Natürlich, man freut sich einfach nochmal auf die Ferien und ich muss ja auch gucken, dass ich hier nicht zu dunkel werden lasse, ne, und ich, dass hier nachher noch 700.000 Viecher spawnen und den Verzauberungstisch ballere ich auch mal hier weg, denn der kommt später noch woanders, denn aktuell verzauber ich sie ja sowieso im Team Schumpau-Portier, ist das die richtige Hacke? Ja, ähm, dann nehme ich auch nochmal hier die Bücherregale weg und dann können wir hier unten reinbauen, was wir wollen, äh, ich nehme da übrigens auch gerne Kommentare dazu auf, was wir hier vielleicht in die Ecke bauen, neu, ähm, ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr auf Ferien gefreut und war dann immer gut drauf und gerade Weihnachten ist ja eine Zeit, da ist man, ist man ein bisschen fröhlicher, verbringt man Zeit mit der Familie, äh, und so weiter und so fort und das finde ich eigentlich immer ganz schön und ich finde es auch schön, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, hey, Klüm, ich hatte heute voll den blöden Tag, aber ich habe deine Videos geguckt und dadurch heiterst du mich immer ein bisschen auf, das finde ich persönlich sehr schön und ich freue mich dann auch immer mega, wenn ich, wenn, wenn es Leute gibt, die meine Videos gucken und dadurch schöner, äh, einen besseren Tag haben oder dadurch, dass ich den Tag von denen einfach, made my day quasi mäßig, ja, das, auch das freut mich immer, dann, dann fühle ich mich richtig, richtig gut und denke mir, okay, Leute gucken meine Videos, Leute finden das gut und die finden das nicht so gut, sondern ich habe auch was Schönes zu ihrem Tag herbeigetragen und das freut, das ist so eine Sache, die mich mit am meisten freut, wenn ich euch den Tag ein bisschen besser machen kann oder wenn ich, bei euch im Tag, wenn ich mich einfach nur gut unterhalten kann und ihr denkt, ey, cool, äh, das, das war, das war gute Folge von Klüm, ey, so, sowas zum Beispiel, ja, das finde ich immer sehr, sehr cool, ähm, sehr, sehr schön und sehr, sehr gut, hier müssen wir mal ein bisschen aufpassen mit dem Redstone, ähm, aber das geht schon alles, ähm, hm, wie machen wir das jetzt, wir haben hier noch einen Anvil, den wir nicht mehr benutzen, wir haben hier eigentlich relativ viel Platz mit der Höhle, kann es sein, dass wir ein bisschen länger brauchen mit der Höhle als eine Folge, aber das ist jetzt mal so ein bisschen oldschool einfach, das möchte ich gerne nochmal tun, bevor wir dann den Turm bauen, war natürlich auch zu Ende und ja, natürlich bauen wir das Dach in einer Folge drauf, ja, und machen keine zwei Folgen daraus, denn da kommt natürlich eine richtig fette Timelapse-Folge auf euch zu, ähm, also einfach mal gucken, wenn es dann soweit ist, da habe ich ja noch ein paar Spitzhacken drin, was habe ich denn da noch drin, Unbreaking, Efficiency, 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 Unbreaking, cool, also eigentlich gar nicht mehr so blöden Stuff, ähm, hm, hm, man könnte hier auf jeden Fall so eine Treppe runter machen, aber das Erste, was ich machen möchte, ist eigentlich, ich möchte hoch und erst mal ein bisschen Holz holen, habe ich überhaupt noch Holz, wer weiß das schon, also ich gleich, aber aktuell weiß ich es nicht, ähm, Holz, zwei, ich habe zwei Holz, okay, äh, eigentlich wollte ich nicht schneiden, aber ich lasse mir ja selber keine andere Wahl, und deswegen werde ich das wahrscheinlich mal ganz kurz, oder habe ich hier noch Holz? Zwei oder hier? Ne, ich werde mal ganz kurz ein wenig Holzfarben gehen. Ach Quatsch, brauche ich doch gar nicht, hier ist doch Holz genug, das wollte ich doch abreißen, Mensch, ich bin auch manchmal, äh, ein bisschen vergesslich, so, ähm, ich möchte, dass wenn man, boah, das war knapp, ist der Creeper noch hier? Uäh, uäh, ja, der Creeper ist in der Tat noch da, jetzt habe ich meinen Bogen natürlich nicht mitgenommen, hm, okay, wir müssen den Creeper auf jeden Fall bekämpfen, nein, nicht, nichts, nichts explodieren, oh ja, hu, das war knapp, so, cool, ähm, ich bin auch für den Frieden in Craft Attack, ich möchte mich nicht der Rebellion anschließen, ich möchte mich gar nichts anschließen, ich möchte einfach nur, dass alle friedlich miteinander leben, das muss doch auch irgendwie machbar sein, äh, das nur meine Two Cents dazu, ähm, so, machen wir das hier mal weg, und das hier auch, zack, einmal runter, und dann können wir hier unseren Krams wieder einsammeln, und ich habe nämlich hier folgende Idee, pass auf, äh, man könnte ja, man kommt rein, und erst mal hier das Ganze wegmachen, so, und hat hier überall Grasblöcke noch, so, zack, zack, und dann hat man dann hier, auf jeden Fall ein Holzrahmen, und das sähe mit Sicherheit auch nice aus, hier so eine Zweiertreppe aber runter, hm, ja, warte mal, ich zeige euch gleich, was ich vorhabe, ihr werdet dann direkt verstehen, was ich meine, weil ich finde, das jetzt gerade, da kam mir die Idee auch gerade zu dem, was ich jetzt gerade denke, ich drücke mich gerade in sehr komischen Sätzen aus, äh, kam mir jetzt gerade eben im Moment erst, so, das habe ich mir hier natürlich verbaut, ich packe mal die Silk Touch-Spitze nach vorne, damit ich diese Fehler direkt korrigieren kann, äh, das hier können wir alles, ich weiß nicht, wie viel ich hier von wegmachen kann, ohne dass ich in meiner, nicht mehr viel, okay, der Creeper hat mir ein Boot des Bandits, das ist sehr nett von dir, Creeper, sehr aufmerksam auch, aber das brauchte ich jetzt gerade nicht, ähm, hm, der Creeper ist wieder drüber gelaufen, Creeper, auf damit, okay, hier, das kann ich noch wegmachen, hm, das ist jetzt ein bisschen blöde, dass da direkt das Dingens ist, äh, das, ja, das Dingens sag ich schon, ich wollte gerade schon wieder das Dingens sagen, aber das wäre Quatsch, so, das hier kann man auch nochmal wegmachen, das ganze Größe auch noch, das hier auch noch, weil das brauchen wir jetzt auch alles gar nicht mehr, so, ich könnte das natürlich, ja, ich könnte, ach, ich könnte meine Schaufel holen, ich kann es aber auch ganz schnell per Hand machen, das ist so, dieser Moment, wenn ich zu faul bin, irgendwas anderes zu holen, so, hm, ich kann auf jeden Fall erstmal folgendes machen, ich kann auf jeden Fall erstmal das hier machen, und dann kann ich ja, vielleicht, das hier wegreißen, die Frage ist, ist hier hinter auch schon direkt die Höhle, also dahinter nicht, aber dahinter vielleicht, ja, aber das könnte ich korrigieren, was ist hier hinter, aber das könnte ich auch korrigieren, so, dann kann ich hier nämlich das hier hin machen, cool, dann könnte ich hier, ganz normales Gras weitermachen, wenn ich das jetzt auch noch, die beiden hier noch verschieben könnte, das wäre mega nice, so, hier hin nämlich, weil dann könnte ich nämlich hier, perfekt, guck mal, das sieht auch schon mal ganz nice aus, pass auf, ich reiße das hier mal ganz kurz weg, und das hier auch nochmal, und das hier auch nochmal, so, jetzt habe ich meine Zäune, natürlich in Super Happy Fun Land gelassen, aber rein theoretisch, könnte man dann hier reinkommen, ja, die Türe muss natürlich zu sein, man kommt hier rein, und hat dann hier quasi, hier kann man vielleicht Zäune hinbauen, oder sowas, und dann kann man hier irgendwie gucken, was man da reinbaut, aber hier hat man dann auch Zäune, und kann so ein bisschen nach unten gucken, und das hier wäre natürlich dann auch entsprechend alles, das kann ich auch mal ganz kurz machen, Rasen, schrägstig Gras, schrägstig was auch immer, ihr nicht witzig findet, so, einfach mal alles wegreißen hier, einmal weggeschnitzelt, und ich habe kaum noch Holz, aber ich habe Holz Slabs, die vielleicht sowieso cleverer gewesen werden, auch oben, so, und dann kann man das hier nämlich, hier einfach reinbauen, das war jetzt natürlich wieder super intelligent von dir, Klümmen, Dankeschön, danke, hey, so, ja, finde ich nämlich eigentlich ganz geil, ich mag das, ich finde das super irgendwie, ich finde das, passt hier richtig gut rein, weil es ist so eine, so eine offenere Cave, ich möchte einfach noch eine offenere Cave machen, so, das kommt natürlich noch weg, die Fackel, aber rein theoretisch, dass man hier steht, und dass man hier runter gucken kann, und noch mit ein bisschen Wasser, was hier irgendwo runter fließt, hier könnte man so ein bisschen Wasser reinmachen, hier die Wand, könnte man generell, keine Ahnung, was man hier mitmacht, aber wir haben hier auf jeden Fall viel mehr Platz, ich möchte, dass wenn man reinkommt, dass man so ein bisschen, wow, wie passt das in den Berg rein, so ein bisschen das Feeling hat, und ich glaube, das kriegen wir bis jetzt schon ganz gut hin, mein rechtes Auge tut weh, ich weiß nicht warum, aber das spielt auch gar keine Rolle, ich möchte auf jeden Fall, dass man hier ein bisschen mehr offen hat, ein bisschen mehr Höhle, einfach eine große Höhle, in die man reinkommt und sich denkt, holy, das sieht ganz cool aus, und mit viel Liebe zum Detail natürlich wieder, wie ihr mich kennt, möchte ich das hier ausarbeiten, und das wird so unser Projekt, ich glaube, wahrscheinlich noch für die nächste Folge sein, wir können dann auch in der nächsten Folge mal eine kleine Timelapse noch mit reinbauen, aber das vermisse ich so, dass man an einem Projekt, so wie es wie hier, mehrere Tage arbeitet, und ich glaube, ich weiß, woran das liegt, denn ich gucke, ich weiß nicht, viele von euch gucken bestimmt auch, Hermitcraft oder sowas, und dann die Folgen von Mambo Jumbo, oder die Folgen von, äh, X-Zoomavoid, oder wie auch immer, von wem auch immer, könnt ihr ja gucken, wen ihr wollt, nicht wahr, und die machen eigentlich immer ein Projekt pro Folge, oder noch mehrere Projekte pro Folge, und das ziehen die durch, das Ding ist aber, die machen nicht jeden Tag eine Folge, und machen das auch Vollzeit, zumindest Mambo Jumbo macht Vollzeit, und mit denen versucht man sich dann immer zu vergleichen, und das ist ein bisschen blöde, weil man halt nicht die Zeit hat, so viele Folgen am Tag auszubringen, und das ist natürlich, äh, auch für mich so ein bisschen blöde, weil ich will natürlich immer ein Thema komplett abgeschlossen haben, so wie bei Super Happy bei Louis Funland, da habe ich drei, vier Stunden an einer Folge gehangen, das ist auch voll okay, aber das ist halt immer noch mein Hobby, und ich verdiene zwar Geld damit, ich verdiene Geld mit YouTube, verrückt, aber jetzt auch nicht so viel, dass man sagen könnte, ja, easy peasy, ich kann jetzt locker drei Stunden am Tag, äh, in YouTube investieren, ohne Probleme, ist aber auch egal, es ist gar nicht mit was ich euch voll labern will, um ehrlich zu sein, ich möchte einfach nur, dass ihr schöne Folgen habt, und ich hoffe, ihr genießt solche Folgen, wie die, oh ja, guck mal, wie wir die jetzt gerade machen auch, ähm, ja, denn, äh, ich habe leider nicht die Zeit, immer so viele, mega viele Timelapse-Dinger zu machen, das habe ich jetzt, glaube ich, schon so oft angesprochen, in den letzten paar Tagen, dass es euch schon aus den Ohren, aua, herauskommt, deswegen höre ich jetzt auch auf, das anzusprechen, so, doppelte Treppe, viel cooler, so, ich brauche Zäune, habe ich vielleicht nur noch Zäune oben in meinem Lager, das könnte durchaus der Fall sein, äh, einmal hochgeschnitzelt, wo sind meine Zäune, da sind meine Zäune, nein, ja, ach, guck mal, wie geil, mehr als genug Zäune, sehr, sehr cool, äh, die nehme ich auch mal mit, und, ähm, packe die dann hier unten hin, hier so, hier hatte ich vor, die hinzupacken, ach, das sieht nice aus, guck mal, dann kann man hier runter gucken, dann hat man hier auch so eine offenere Höhle, ich, ich freue mich gerade, ich, ich finde das einfach nur cool, einfach nur cool, so, ich fühle mich hier schon richtig zu Hause, mit dem, mit dem, äh, Rasen als Boden, ich darf ja kein Gras sagen, sonst finde ich es hier witzig, höh, Klima hat Gras gesagt, ja, witzig, ich kenne euch doch, genau das werdet ihr tun, so, und dann muss es hier noch irgendwie runter gehen, äh, in die nächste Etage, das wäre dann die hier, hier können wir auch mal alles entfernen, weil wir sind ja auch schon ziemlich unterirdisch, ähm, aber das geht ja zum Glück recht flott, klar, wir müssen dann die Decke so anpassen, dass das Ganze gut aussieht, ich habe vorher immer diese enge Höhle genommen, und jetzt machen wir die Höhle einfach noch ein bisschen, ein bisschen viel größer, ich bin mal gespannt, wie das im Endeffekt aussehen wird, was wir hier aus der Höhle machen, aber ich habe da gerade, wie gesagt, mega Bock drauf, das einfach so vernünftig zu machen, wie früher, eine Let's Play Folge, wo man alles kommentiert, was man macht, einfach so ein richtiges Oldschool Let's Play, wie gesagt, keine Angst an die Leute, die, äh, eher so dieses Newschool mögen, das kommt auch noch, keine, keine Sorge, ich versuche das so ein bisschen zu mischen, aber das habe ich ja, wie gesagt, schon sehr oft gesagt, es tut mir leid, wenn ich euch damit auf den Keks gehe, aber das ist so das, was mir gerade durch den Kopf schießt, und deswegen möchte ich da mit euch auch drüber reden, nicht wahr? Es gibt ja viele, die überdenken, und sagen gar nichts, äh, apropos, gar nichts, he he, Meinschaft Novus ist nicht eingestellt, Leute, es ist nicht eingestellt, es kommt noch eine Novus Folge, es kommen sogar noch mindestens drei, also mindestens, also mindestens drei Stück kommen noch, muss ich nur gucken, wie ich das schaffe, so und hier drunter, das müsste, ja, das müsste diese Hühner, meine Hühnerfarm sein, diese Hühnerfarm, eins nice im Hühnerfarms, so, da müssen wir auch nochmal gucken, wie wir das machen, was ich aber jetzt erstmal mache, ist hier erstmal Licht, so, und hier dran, so, und dann, reiße ich nochmal den Boden raus, das schaffen wir auch noch in der Folge, ach ja genau, ich hatte hier auch die geheimen Kisten, stimmt, ist hier was drin? Nö, ich hatte aber noch eine, oder? Ich hatte da hinten noch eine, da ist sogar noch was drin, verrückt, ja, da müssen wir auch nochmal dran später, aber hier können wir schon mal ein bisschen was von dem Zeugs noch wegreißen, von dem Boden, und hier so ein bisschen Dürr hinsetzen, zack, 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 und den Rest füllen wir mal mit Rasen auf, so, gar kein Problem, so, jedenfalls das hier, und dann kann der so ein bisschen wachsen, aber Leute, ich würde sagen, das war es von dieser Oldschool-Folge, es ist sehr angenehm, sowas so aufzunehmen, weil das ist auch recht schnell beim Schneiden, es ist super schnell im Rendern, es geht alles ein bisschen schneller, wenn man so Oldschool-Folgen macht, ich hoffe, wie gesagt, trotzdem, dass sie euch sehr gefallen, mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder dabei, dann bauen wir vielleicht hier weiter, vielleicht machen wir noch was anderes, wer weiß das schon, ich will das Ganze hier ein bisschen mixen, habe ich ja gerade schon gesagt, und das gefällt mir direkt viel besser, wenn man reinkommt, ist natürlich wieder eine große Veränderung, aber ich glaube, das ist es wert, wenn wir hier wirklich so eine vernünftige Man Cave noch reinbauen, dann finde ich auch, haben wir einen vernünftigen Turm oben, und eine schöne Grundbase, wo der Turm draufsteht, das gefällt mir, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge von Craft Attack 4, bis dann, haut rein, euer Klimi-Boy.